Herzlich Willkommen zu dem Game vom Monat Februar. Das letzte Game übrigens, das ist LittleBigPlanet. Ich muss sagen, es ist ein sehr schönes Game. Ich hatte es schon mal vor langer Zeit gehabt. Jetzt haben wir es ja wieder. Prima, Ballerina. Wesen, der Spuk aus den LBP Büros. Hm, okay. Jo, ich hatte schon mal angefangen. Und dann machen wir einfach mal. Das Abenteuer weiter. Genau, wollte ich euch mal zeigen hier. Also LittleBigPlanet ist eigentlich ganz nett, sag ich mal. Komm, ne gemecker. Ist was für die Kids. So, genau. Ich hatte schon mal angefangen mit dieser Einleitung. Dann mit diesen Dingsbums hier. Ja, und dann geht es eigentlich hier. Bei der Stix Villa geht es weiter, ne? Stixi Villa, warte mal. Genau, Stixi Villa geht es weiter. Perfekt. Okay. Ja, Lala, Lala, Sackfigur möchte sie mitlesen beitreten. Nein, ich möchte gerne mal Leine zocken. Aber trotzdem, danke der Nachfrage. Also irgendwann werde ich das schon mal mit jemandem noch zocken. Ich will das jetzt einfach nochmal aufnehmen für euch, zeigen. Das geht vom Monat Februar. Jo, also nichts schlecht, muss ich sagen. Für zwischendurch mal, ne? Ist jetzt nicht der Renner. Also jetzt nicht, äh, Kampf und so ein Zeugs. Einfach mal was anders. Jetzt sind wir wieder Stixi Villa. Warte mal, kann man eigentlich irgendwie diese Einstellung, bissl hier, den Ton ein bisschen anders gestalten. Können wir machen. Nur Musik im Spielenmodus. Machen wir aus. Machen wir aus. Ähm. Okay. Ähm. Ähm. Haben wir jetzt keine Musik mehr? Was ist das? Zeige mal her. Muss ich mal gucken schnell. Schmup. Jo, passt, ne? Sehr schön. Und dann machen wir einfach mal weiter hier. Weiter Stixi Villa. So, okay. Also wir müssen hier lang. Wupp. Und ihr seht schon, es ist eine... Oh, ach du meine Güte. Ich hab jetzt aus Versehen. Zurück gedrückt. Eine rutschende... Partie hier. Und? Ach, das kann ja mal nicht sein. Kann ja mal nicht sein. Und? Jetzt. Und, ob. Oh Gott, nein. Was ist denn hier los? Ich glaub, man kann dreimal besterben. Oder so. Ich weiß jetzt gar nicht. Ob. Und. Zack. Und, ob. Und, ob. Endlich hab ich es geschafft. Mei, oh mei. So, hier haben wir diesen... Bubsinador haben wir ja. Wo ist denn der Bubsinador jetzt? Moment mal. Der ist doch so, ne? Irgendwie. Warte mal. R1. Äh. Na, sag mal. Ach, hier ist er ja. So, okay. Ausbruch sind. R1. Und, da sind wir auch schon im nächsten Abteil. Jawohl. Hopp. Wo kommt es denn nicht hoch hier, ne? So ein Mist, hey. Hopp. Ne, kann man nichts machen. Egal. So, weiter geht's. Warte, wir können erst mal hier gucken, was hier ist. So, immer schön einsammeln, die ganzen Dinger hier. Das gibt Punkte. Ach, das ist heute nicht so mein Glückstag hier. Und, weiter geht's. Ah, ich drücke mal zu falsch hier, glaube ich. Moment mal. Hopp. Jetzt, äh. Also, ihr seht schon, hier ist, äh. Was geboten. Hier müssen wir knifflige Aufgaben lösen. Genau, das heißt, ähm. Wo stand's denn vorhin? Bubi Nardo, genau. Bubi Nardo, was schon. Ich weiß nicht, ob ich drücke jetzt richtig hier. Ich weiß es gar nicht. Oh ja, passt. Okay. So, was ist jetzt, ja? Okay, passt. Uh, irgend so eine Maus hier. Hoch hat man gar nicht, wa? Na gut, okay. Also, auf alle Fälle gehen wir mal rein hier in die gute Stufe. Wir sind nicht willkommen, auf alle Fälle. Gucken wir mal, wa? Scheiße, Mensch. Was ist jetzt wieder gemacht? Ich wollte auch hier drauf springen. Boah, ich hätte zu schnell gewesen, wa? So, genau. Zack, ah, okay, perfekt. Das haben wir hier jetzt gelandet, jawohl. Ach, verdammt, ich wollte eigentlich hier oben noch hin. Dann machen wir nochmal. Die Punkte müssen wir uns mitnehmen, auf alle Fälle. Die mögen wir ein bisschen mit. Zack, und unsere Wollknollen. Also, wir könnten auch unseren Wollknollen hier gestalten, ne? Warte mal. Ja. Takt anpassen. Genau, wir können ja auch, ähm... ... ... ... ... ... ... Die bespeichern. Wollen wir noch? Warte mal, war noch mehr ausfiz gewesen, ne? Ach hier, genau. Entweder den hier. Oder den hier. Oder halt einfach unseren Wollknoll. Ich finde aber unseren Wollknoll den besten. Moment, kann man das wieder zurück machen? Ginge das? Genau. Perfect. Na, ah, sie hat er. Das ist scheiße. Moment mal, ich habe hier gerade irgendwie... ... ... ... ... Ich wollte eigentlich doch bloß hier mich festkrallen an diesem Ding da, Wumms da. Na, sag mal. Ui, ohleut, das tut mir leid. Ich habe gerade irgendwie hier... ... ... ... ... ... ... ... Ah, jetzt habe ich es. Okay, L1 war es. Äh, A1. Meine Güte, verlauter Bubzina. Da wusste ich jetzt nicht mal was stricken sollt. Meine Güte, ey. So, jetzt aber hier. Jetzt haben wir es. Meine Güte, ey. Ist ja schlimm, wa? Das Gedächtnis versagt. Wer weiß denn Bescheid? So, jetzt gehen wir mal hier oben. Jetzt gehen wir mal hier rauf. So, warte mal. Jetzt brauchen wir doch nochmal den Bubzina da, wa? Zack, lass los. Jawohl, okay. So, und jetzt gehen wir hier oben lang. Wurde auch nicht. Also nochmal hier oben lang. Bup, 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 bup. Zack, jawohl. Da klimmern die Weihnachtshufe und verdecken. So, jetzt müssen wir hier lang. Jawohl. Zack, und diesen Weg hier uns hinblasen. Jawohl, perfekt. Achso, stimmt. Das muss ich jetzt abkühlen hier. Weil sonst verbrenne ich mir wirklich diese Füße hier. Ihr seht schon, es wird heiß. Oh, schnell weg hier. Also es gibt kein Zurück mehr jetzt hier. Kein Zurück. Sonst verbrennen wir unsere Füße. Hier die zwei Dinger hätte ich gerne noch mitgenommen. Moment mal. Ah, okay, schnell rüber. Jawohl. Also es sieht schon, wir müssen hier richtig schnell sein. Bei manchen Dingen. Sonst verbrennen wir uns die Füße. So, springen wir mal hier hoch und zack. Oh, hallo, ich wollte eigentlich noch die zwei Dinger. Na, egal. Das Geschirr zertrampelt. Geht es da lang, oder was? Oh, ja. Kieswiller ist etwas schief, muss ich sagen, ne? Jetzt müssen wir diesen Deckel draufklatschen. Zack. Und jetzt nach oben. Los, hopp. Genau, und rüber. Also wenn wir mal was auslassen, sind alle zu schlimm jetzt, finde ich. Hopp, und. Jawohl. Ach, das habe ich wieder verloren. Naja, kann es ja ändern. Perfekt. Unser Wollknoll, der macht schon. Und hoch mit mir, hopp. Zack. Wir werden beobachtet, wie ihr seht. Und da sind wir auch schon wieder, okay? Okay, okay, okay. Ah, wie ihr seht. Gut, dass du vorbeischaust. Gute Reise. Ah, nicht willkommen. Oh, jetzt müssen wir uns beilen, ja? Zack, und ab zum Nixen. Jawohl, und. Oh, das war jetzt knapp, Leute. Das war knapp. Die böse, die böse Hexe. Sie will uns schnappen. Und wieder rauf, hier. Und wir blasen diese Kerzen, äh, diese Kerzen, Sörg. Diese Kerzen weg. Oh, wo sind wir jetzt gelandet, Leute? Wo sind wir jetzt gelandet? Irgendwie ist es ja heiß, oder? An der Ecke. Oh, meine Güte. Oh, jetzt wird sie böse, oder? Oh, das haben wir geschafft. Geil. Uh, Sticksiebler. Ha, ha, ha. Okay, perfekt. Jo, da haben wir das Level geschafft. Perfekt. Oh, meine Güte, ey. Also ihr seht schon, Little Big Planet macht Laune, sag ich mal so. Macht auf alle Fälle Laune. Da nehmen wir nach einer Folge auf, sag ich mal so. Okay. Moment mal. Kann man euch noch hier laden lassen. Okay, dann machen wir einfach hier weiter. Wir haben es aufs Dach geschafft. Bis gleich. Eine kurze Badpause. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.